Oh, 15 sogar raus, da ist ja noch einer. Na komm her, komm, komm. Danke. So, Cash on noch auf 50% ist mir egal. Komm ich raus? Full of Peace. Ja, dann haus doch kaputt. Danke, das brauchen wir. Genau das. Jawohl. Genau das Richtige bekommen. Ob, ich da kann auch Honig rauskriegt aus der Biene. Ach ja, egal. Nehmen wir noch den Stock mit. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Blumen nehmen wir mit. Ganz wichtig jetzt. Neuen Blumen. Ich werde ein richtiges Blumenfeld daraus machen. Da sind noch mehr Blumen. Nimm mal ein paar Blumenchen. Blümchen mit. Blümchen mit. Blümchen ist ja schön. Schöne Blümchen. Ich glaube, ich habe auch zum Kochen benutzen. Blümchen, wenn ich mich nicht irre. Man kann zum Beispiel auch dieses, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, im Kochtopf das Monsterfleisch genießbar machen. Oh, es ist schon so spät. Nehme ich einfach noch eine Folge mehr auf. 35 wäre die Folge zu Ende gewesen. Es wird also 40, 50. Muss das dann sein. Oh, dadurch nehmen wir auch noch ein bisschen weiter auf. Was soll's. Man macht das Spiel ja auch richtig Spaß eigentlich. So, mit der Weihnachtsmütze müsste ich aber bald absetzen. Also es ist dann die letzte Folge, die mit der Weihnachtsmütze aufnehmen. So, jetzt crafting mäßig wollen wir das machen. Den setzen wir einfach hier hin. Die P-Box. Und da müssen wir natürlich Blumen anpflanzen. Aufheben. Kann man die irgendwie anpflanzen? Geht das nicht? Kann man die echt nur droppen? Das ist ja doof. Dann können die Bienen hier gar nichts machen, weil die keine Blumen sind. Come on fat bees, make me honey. He lol. Ich habe keine Ahnung, wo die hinfliegen. Die gibt's ja nix in der Nähe. Jetzt müssen wir wissen, wie man diese Blumen wieder anpflanzt. Bestimmt mit dieser drittigen Erde. Mit dieser Kuhkacke. Also es kann sein. Muss natürlich nicht. Aber ich denke mal, so wird's sein. Dann ist es natürlich ein denkbar schlechter Ort dafür, das Ding. Aber was soll's. Set, strap. So, hau die mal kaputt direkt wieder. Danke. Können wir noch mehr Fallen aufbauen? Ja, das können wir natürlich. Auch wenn wir... Also, ja, ist gut. Ich habe jetzt genug Traps. Da hinsetzen. Komm her. Nein, ich hab wieder... Boah, das nervt so, dass das ja aufgeht immer. Na ja, soll die mal. Wo kann ich die hinsetzen? Da ist noch ein Loch da. Ich kann auch Bird Trips bauen. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Bird Zoo hier alles machen soll. So, ähm, Holz haben wir noch ein bisschen, haben wir noch. Okay, was können wir noch erforschen eigentlich? Da haben wir alles. Hier wird's vielleicht mehr interessant. Wenn ich das Papyrus mal irgendwie kriegen würde. Ich müsste das doch kriegen, wenn ich hier, ich glaube ich mit... Hm, nee, wie war das denn? Ich glaube, ich muss dafür anderes Werkzeug haben. Ich brauche erstmal einen Hammer. Für den Hammer brauche ich erstmal zwei Seile. Die mache ich mir jetzt erstmal. So. Eins. Zwei. Ach, ich schmeiß mir die weg, weil... ...wir ja keinen Platz mehr im Moment haben. Das da hoch, das da hoch. Die Blumen da hoch. So, jetzt nehmen wir die Seile mit. Wo ist mein gutes Holz? Da. Rein mit dir. Dann essen wir mal hier das hier. Das kochen wir. Keine neuen gefangen, das ist natürlich doof. Ja, ich kann so schöne viele Sachen hier machen, das sind wir alles gar nicht. Da habe ich was gefangen, sehr gut. Das ist sehr gut. Was machen die jetzt? Machen die irgendwie Honig oder kann ich jetzt irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Gut. Honey, kann ich den kochen, kann ich den Essen? Bestimmt kann ich den Essen. Probe ich jetzt aber nicht aus. Denn... Ich bin ja gerade voll. So. Was kann ich hier jetzt noch machen? Was wollte ich jetzt gerade überhaupt? Was gibt es denn hier? Midi Farm Plot. Naja, was auch immer. Rock Pot. Was magst du? Make better food. Okay, ein Kochtopf also. Wir könnten ja theoretisch machen, aber ich wollte erstmal einen Hammer machen. Das war so die Idee. Werkzeug Hammer. Kann ich mir jetzt craften. Zack, habe ich. So, dann werde ich mir jetzt... als nächstes diesen Kochpott machen. Dafür brauche ich nur ein bisschen Steine. Kann ich schon herstellen. Ich habe da unten genug. Da. Drei Stück kann ich herstellen, reicht das? Kann sogar vier herstellen. So, reicht das schon für den Kochpott? Da. Ja, jetzt brauchen wir nur noch Holzkohle. Das kriegen wir hin. Dann müssen wir einfach nur hier rüber rennen. Jojo. Einmal hier rüber. Wenn es dunkel wird, machst du Feuer und da wird auch Holzkohle raus. Hier brauche ich kein Holzkohle. Sechs. Ja, es brennt. Yay. Ich habe es geschafft, dass es gleich alles brennt. Auf jeden Fall ist es hell genug, ne? Das ist auch schon mal was. In dem wäre das hier brennt, kann ich auch bestimmt ein bisschen Steine farben. Das war hell genug. So macht man die Nacht zum Tanken. Oh, it's dark. Ich wollte mich abbrannten, okay? Hör auf jetzt, ist doch gut. Wo ist denn meine Axt? So, da haben wir die Holzkohle, die wir brauchen. Haben wir vier Stück? Ja. Aber ich muss das natürlich erst noch erforschen, sehe ich gerade. Ich hab' vergessen, das erforschen wieder mal. Ah, ich brauche noch sechs Holzkohle, toll. Ähm, ja, ja, ich brauche noch sechs Holzkohle, das ist richtig. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann verbrennen es doch. Geht doch. Weg damit. Dann haben wir die Holzkohle schon mal zusammen. Brauchen wir gleich nur noch, ähm... Hab' ich gerade einen Vogel geröstet, cool. Äh, schnell gucken, gucken. Okay, das passt. Erstmal noch ein bisschen was von. Ich glaube, meine Bienen werden hier nichts finden, ne? Egal, jetzt haben wir es erforschen müssen, dafür brauchen wir jetzt mal diese Maschine. Dafür brauchen wir Bretter. Bretter, habe ich Bretter? Ich hab' ja nicht mal das Holz. So, wie ich das gerade sehe. Ich tu' mal die Bienen hier weg. Ich hab' noch eine Falle dabei. Cool. Da ist noch ein Loch da unten. So, Mausel raus. Falle setzen. Attack. Endlich mal die Nahrungsmittelproduktion ein bisschen anregen hier. So, ich darf nicht vergessen, was ich machen wollte, sonst ist echt doof hier. So, ich wollte jetzt, ähm, schnell diese Maschine aufbauen. Dafür brauche ich Bretter. Komm. Bretter, 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 Alles um, hack, alles um. Wie viel bräuch ich dafür? Vier Stück, Alter. Alter. Seid ihr noch zu retten? Müssen wir noch was weg tun. Ähm, das liegt das weg. Tut das doch einfach da oben rein. Mach doch nicht so ein Hackmäck hier mit mir. Na, tu das da rein. So, okay. Das heißt, vier Holz brauche ich für... Ähm. Oh ja, komm, bitte. Ah, geh doch weg. Ah, geh doch weg. Für Holz brauche ich für ein Brett. Oh ja, komm, bitte. Das heißt, ich brauche vier Bretter. Das heißt, 16 Holz. Oh, die werde ich ja nie kriegen, bis ich hier aufhören muss. Ich hab nur noch fünf Minuten und dann ist wirklich auch noch beendet. Dann habe ich mich schon viel aufgenommen. So viel wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Es geht aber mal relativ schnell mit dem Game. Ah, komm her. Alles umklatschen. Jawohl. So. Nehmt ihr auch mit. Mehr Holz. Hier ist noch ein Baum. Ist nicht der größte, ich weiß. Oh ja. Da gibt's hier unten noch Bäume? Äh, Gras, 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 Gras. Ja, irgendwo müssen auch Bäume stehen. Oh ja, ich hab das alle umgehauen. Da ist ein Riesenbaum. Aha. Monster mit. Wieso monst... Wieso liegt der Monster mit rum? Hab ich das dahingeschmissen? Hab ich das verhalten lassen? Nee. Keine Ahnung. Ach ja, komm, hör auf. Ach. eigentlich habe ich genug aber ich brauche noch ein bisschen was nachtsfeuer anzufangen komm schneller komm schneller komm schneller komm schneller ja kommen wir sonst noch mit und ein baum noch fällen dann reicht es aber auch ich weiß 15 ich habe noch zwei rechts und drei brauche ich aber für die nacht ich denke wenn ich die jetzt hier aufsammeln dann habe ich auf jeden fall genug da kommt ok verschiebt hier alles schnell zurück schnell die maschine aufbauen vielleicht hat man das noch bevor er wieder speichert also wer speichert wenn wir dann immer noch aufnehmen können wir nicht aufhören wahrscheinlich erst wenn wir der nächste morgen ist immer auf muss mein lager da oben ist mein lager ja ja ist gut lauf 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 so jetzt wollen wir hier diese maschine nein 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 wir brauchen diese maschine acht bretter 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 wo sind die bretter da ein bret zwei bretter drei weiter vier bretter ja wo ist gut drauf irgendwo hin mein gott was habe ich mir das aufgesammelt in die bretter los nehmen sie so jetzt hier aber die maschine hinstellen weiter geht es ein bisschen was in die kiste räumen was ich noch platz habe vielleicht das kann ich zum beispiel da reinräumen danke das können wir das zusammenräumen jetzt kann ich aber den was wollte ich denn jetzt erforschen pickhaus nein ich wollte irgendwas machen dafür habe ich schon diese ressourcen gesammelt gehabt was war das denn was war das denn das war irgendwas das da wollte ich machen hier genau crock pot ich habe nicht die steine und die scharkohle dafür ach die ich habe wahrscheinlich verbraucht ich brauche noch ein bisschen kohle und steine auf jeden fall dafür kohle und steine ist ja nichts easier als das die ganze nacht zeit ist kein problem es ist so dark es ist so dark mach feuer so es ist so dark da ist ein baum den wollen wir anstecken so wo haben wir eine axt haben wir keine axt mehr doch ja es brennt cool na komm Fackel schnell ab, Fackel ab. Ja, ja. Wo ist die Holzkohle? Da, ok. Haben wir. Zurück rennen, zurück rennen, zurück rennen. Die bewegt sich auch kein Stück, ne? I'm not afraid. Haha. Wo ist denn theoretisch mein Lager? Da. Irgendwo da unten. So. Noch ein bisschen Holz. Jetzt aber schnell hier. Was wollte ich machen? Das ja noch. Und jetzt den Kochtopf. Dann haben wir ihn auch noch gebaut. Und dann bevor es jetzt zu Ende ist. Wow, richtig gut. Da kann man jetzt Sachen rein stopfen, um sie zu kochen. Zum Beispiel hier, Mosel. Das kann man verbinden mit Blumen, glaube ich. Haben wir Blumen? Da. So, dann packen wir eine Blume da rein. Und noch eine. Und dann kocht das. Und was kommt dabei raus? Wissen wir nicht. Sehen wir gleich. This is going to take a while. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Und das werden wir auch wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen. Denn jetzt zählt er gerade. Das heißt, wir machen jetzt Schluss für dieses Mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.